Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Waschböck an hier. Schau mal. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Spannend. Was ist da? Oh, der zittert aber hinten voll. Aber neugierig. Ja. Oh, wie groß hat er sich gemacht? Zu groß bin ich doch. Hat er entspannt? Kannst du's testen? Hm? Ja, dann wasch da noch du und du. Die verteilige Gehe. Die Sippe-Sache. Kleine. Daran merkst du dann jetzt mit Gehe dem Bund, ne? Ja, groß machen. Reiten machen. Guck mal, knistert man einmal, ne? Ja. Niko, jetzt langsam wird's... Ja. Ich nehme mal... Ich nehme mal an, ohne drübe. Könnte ich mir vorstellen. Ich kann's ja kurz... Die kannst du ja abmachen. Also, ich spiel' ne Kanzeration quasi. Ja. Soll ich deinen Tutter halten, bitte? Nimmst du das Haus? Komm mit. Ja, das vielleicht noch so. Ja, ist falsch. Problem ist, wie gibt man denen irgendetwas, dass es einigermaßen recht werden kann? Ne? Die Kleinen. Ja, langsam. Aber... Das war nicht langsam. Du hast gerade gehabt. Geil, komm mal. Waren unsere bei uns ja auch. Ja, du hast gar... du kaust doch noch. Naja, komm. Wenn die Kleine wegläuft. Was ist das? Oh, das ist so gut, Papa. Ich guck mal. Ich guck mal. Guck mal, vor dir liegt. Ja. Vor dir liegt das. Das ist so nah. Das ist gar nicht. Mäuschen, guck mal da. Mäuschen. Guck mal, vor dir liegt. Guck mal, vor dir liegt. Ne? Ne, guck mal. Der will nur die Erdnuss. Der will das gar nicht. Der will das. Ja, das andere hat er weggeschoben. Er will nur die Erdnuss. Okay. So fixiert auf die Erdnuss. Das ist so ein bisschen anders. Komplett anders. Das ist so ein bisschen anders. Das will ich nicht. Heißt doch aber, dass er genügend zu futtern kriegt, wenn er nicht unbedingt alles essen muss. Opa. Ha, ha. 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 Ne, ha. Die nehmen die kleinen alle nicht. Ja, das ist das kleine. Ja. Ja. Das sind dein Ding, ja. Insgang. Das andere wollt ihr gar nicht haben, ne? Meiser? Ne, ich kann sie wieder einsammeln. Guck mal. Ne. Gar kein Interesse. Jetzt sieht sie noch gar nicht. Ja. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Termino. Termino. Guck mal. Ja. Mach mal ein Fräuchchen. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Was ist da? Er sucht noch. Was sind das? Sieht die noch nicht richtig? Sieht die noch nicht richtig? Ja, ich glaub, er glaubt, er denkt, dass das ist ein Felsen oder so. Schau mal. Sieht die noch nicht richtig. Wehe? Oder sind die noch zu groß? Sieht die noch nicht richtig. Langsam. Langsam. Ja, ne? Ich denke hier ist... Schreiflich so. Nordamerikanischer Wachspiel. Was ist das? Ja, jetzt nicht so interessant wie der Wachspiel. Ja, jetzt nicht so interessant wie der Wachspiel. Was ist das? Aber direkt neben ihm liegt eins. Süß, ne? Süß, ne? Süß, ne? Süß, ne? Süß. 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 Oh, guck mal, ich kann sogar mit dem Kopf runter. Ich will da schnell weg. Ich geh mal lieber vorbei. Das ist ganz schön groß, ne? Ich geh mal lieber vorbei. Ich geh mal lieber vorbei. Ist das ganz schön groß? Ja? Ja. Da ist der Mikro. Da ist der Mikro. Da ist der Mikro. Da ist der Frau in Brust, wo ist es? Wo ist es? Schau mal. Schau mal, ich bin so. Schau mal die Pferdchen. Schau mal hier. Guck mal, wie kommt sowas streichelt? Da hängt das Staffelschwein rum. Oben, ja. Da sieht er doch nicht. Nein, bewegt sich nicht. Augen fürs Worten. Ich probel, guck da raus aus. Da trägt sie nicht. Ich stehe da wo die Staffel in die Berge. Ja. Das ist schon. Ja. 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 Da hat er Angst. Oh, war richtig. Von Äffchen in der Angst. Hey, Tamino. Oh, oh mein. Ist doch fein. Hast du Angst? Ja. Äffchen machen ihm Angst. Oh, Bibi. Oh, oh, oh. Ja. Ja, das ist ein längeres Schwart dazu. Die Vorsorge hier. So viele Fein. Wir liegen da rum. Oh, das wird kein Komo. Oh, da liebe diese Füße. Die Kleberböke. Ja, das Gitter habe ich wieder in Full HD. Ja, ja. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Und der oben... Aua, Niko! Die springen auf dich zu. Ja, tun sie auch. Niko hat da keine Angst vor. Er guckt sich das nur an, was machen die denn da? Die Kleine hat Angst. Sie bewegen sich nicht so fort. Ja, sie macht was schlags. Ja schon, aber sie sind langsamer. Und sind aktuell noch nicht so am springen. Sieht auch interessant aus, ne? Ja, alles schwagt. Und die Güße anbrauen. Hier hängt einer an. Wer ist hinter dir? Wer ist bei dir? Ja, was hast du gemacht? Deswegen zieht er vielleicht so. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Schwein zu? Ja, ja. Komm ich nicht hin. Schade. Schwein hängt zu weit weg. Komm ich nicht dran. Aber wir kommen an deinen Finger. Ja, ja, ja. Komm ich nicht hin. Komm ich nicht hin. Ja, kann das. Oh, ja. Ich hab die Bauch. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Hier hab ich das. Ach du schweißt nicht der gerupft aus. Ach du schweißt nicht der gerupft aus. Verdammt ist der gerupft. Jetzt gerade ein schweißer Busch. Wie wird das gefangen? Ja. Bevisita Minow. Bevisita Minow! Bevisita Minow. Mauer. Ein Pauschmi. Ja, ich kann nicht so viele Leute da haben, das brauchen sie ja auch nicht. Vorhin kommst du ja bestimmt wieder als Tierpfleger Helfer. Ja. Und wenn es nur ein paar Stunden lang ist. Ja, die klar ist das nicht. Einbeiniger, guck mal, ist da einbeiniger. Und da? Ja, zwei. Was ist denn da? 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 Klöck, klöck. Oh, das macht Kampfantage. Was ist das? Nee? Nee? Nee, Kampfantage immer noch? Was ist denn da? Was ist denn da? Gegen den Hund. Gegen der Hund. Gegen den Hund. Wir gehen auch. Wir gehen auch. Wir gehen auch. Wir gehen auch. Der Wolf und die Süden-Gals noch? Hallo. Ja, schau mal. Oh, du bist der Rolf. Rolf, du bist der Rolf. Ja, schau mal. Was machen wir denn noch? Hm? Schau, hm. Hm? Hock, hock, du bist so schwanger. Ich wollte gerade sagen, also. Die sieben Geißner sind unterwegs. Nee. Hau mir nicht die Hörner ein. Hör das gar nicht. Das ist so eine Szene Wolfsszene hier. Guck mal, zwischen diesen Bäumen. Oh ja. Tamino, machen wir jetzt? Hör das gar nicht. 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 Die Nähe hat Klamm und Rüderbohr. Schau mal, schau mal mit der Katze. Na, das ist doch mal einer. Der schreift, außer der Pfoten. Der macht einen Abpreis, dann ist der. Der will sich die Fresser halten. Scherkan, ne? Scherkan, ja. 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 Kleine Luft. Wie eben runtergegangen, ne? Schaust du in die Ferne, dann... Ja, ich muss es erst gesehen, nicht hin. Okay. Hier oben, ne? Schnellt ihr aber aufs Laufen? Wahrscheinlich Laufratt, da laufen sie gerade so rum. Laufratt steht. Boah, da haben wir noch eins. Klingt auf jeden Fall irgendwie wie etwas, was auf einem Laufrad läuft. Das ist so wütend gemacht. Ja. Oh, guck mal, da sitzt sogar noch ein Hühnchen. Ja. Röntgen. Rot. Mach mal. Dann sitzt es noch nicht. Ähm. Hau mir und bewegt dieser Baum weg. Guck mal, Nico hat sich so hingepackt, dass er nicht mehr drauf stehen muss. Er hat sich genau dazwischen geschoben. Die sind lustig. Oli hinter? Über einer rüber, ja. Ja, ist ja nichts. Hau mir wird heil. Von deiner Eichhörn hier, die sind versteckst du, ja? Ja, die Röhre. Dann kann ich die Föhre jetzt sagen. Ich kann es nicht. Hey, was ist das so? Hamster! Wir sind doch kein Hamster. Nee, es ist ein Hund. Sie haben sich gar nicht mehr abgesehen. Ja, das ist Fleitenjörnchen. Das sind Hunde? Ja. Das ist ein Tier. Oh, guck mal hier! Was? Hey, da ist der überall hier. Wer möchte so lauter auf? Nein, Lara, nicht so viel mehr! Nein, Lara! Ich glaube, das ist gut. Sehr engmaschig und trotzdem kannst du wunderbar durchgucken. Ja. Ja. Feuer steht schon. Irgendwas ausgerechnet die kleine. Steine, die andere über die große. Hier sind Steine. Ja, hier ist eine Bank da. Ja, da hinten ist auch einer. Ja, das ist hier. Ja, das ist schon auch ich. Was ist ein Mensch? Wir lassen. Böechen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020